Also der Begriff Consumer Netizens setzt sich zusammen, zum einen aus Consumer Citizen, das bedeutet Konsumentenbürger. Den Konsumentenbürger zeichnet aus, dass er sich bei seinen Einkäufen, bei seinem Konsumverhalten für das Allgemeinwohl einsetzt, beispielsweise für Mensch und Umwelt. Der zweite Bestandteil Netizens setzt sich zusammen aus Internet und Citizens. Der Netizens zeichnet sich dadurch aus, dass er bei seinem Internetnutzungsverhalten sich auch gleichzeitig politisch engagiert. Ein besonders wichtiger Aspekt daran ist auch, dass natürlich dem Consumer Citizen im Internet noch ganz andere Wissensressourcen zur Verfügung stehen. Nicht nur, dass er verstärkt Zugriff hat auf Unternehmensinformationen, sondern auch, dass er sich mit anderen austauschen kann über Erfahrungen, andere warnen kann und deswegen das Internet eine ganz neue, andere Infrastruktur für den Consumer Citizen darstellt.